Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim letzten Video des Jahres meiner Bücherwoche für die letzte Woche in 2017. Ja, ich finde wirklich, der Dezember ist gefühlt gerannt und jetzt auch die Woche zwischen Weihnachten und Silvester, da ist ja allerhand Schönes passiert mit Freunden, der Familie und ja auch einfach ein bisschen freier Zeit für einen selbst und ja, da vergeht die Zeit gefühlt, das ist echt ganz toll und heute sitzen wir hier am letzten Tag, zumindest für euch, bei mir ist es da Samstag vorher, aber ja, das ändert im Grunde ja auch nicht mehr allzu viel und ich habe heute früh wohl das letzte Buch beendet des Jahres. Ich hänge noch in einem Hörspiel fest, ja, was ich jetzt aber glaube ich heute oder morgen nicht beende, aber dann denke ich in der nächsten Woche und dann zählt es für mich eben auch in den Januar hinein. Es sind diese Woche zwei Bücher geworden, es ist ein toller Film dabei, es ist ja eine Serie dabei, die ich geguckt habe, wo ich letzte Woche schon ein bisschen was erwähnt habe. Das Leseclubbuch wurde entschieden und ja, ich denke, wir fangen einfach mal mit den Büchern an. Das erste Buch der Woche ist Der kleine Teeladen zum Glück von Manuela Inusa. Ein Buch, der Auftakt einer Reihe, ich denke vier oder fünf Teile werden es werden und ja, hat mich mega angesprochen, so vom Thema und wie ich es gefunden habe, dann natürlich später. Dann ein High Fantasy Buch, mir war danach Die Blutkönigin von Sarah Beth Durst. Auftakt einer Trilogie, im Englischen gibt es glaube ich auch schon den zweiten Teil und der dritte erscheint im April, Mai. Dementsprechend kann es sein, dass tatsächlich die Trilogie vielleicht in 2018 dann auch im Deutschen abgeschlossen wird. Und dann habe ich mit dem Hörspiel Kill Shakespeare begonnen von Connor McGreary. Mir war nach einem Hörspiel und ich bin ja ein großer Shakespeare Fan und ich dachte, das ist genau das Richtige für dich. Und ja, also weit bin ich aber in diesem Hörspiel noch nicht. Daher wirklich nur ganz wenige Infos dazu. Ja, wir beginnen mit dem ersten Buch der Woche, Der kleine Teeladen zum Glück von Manuela Inusa. Ein Buch, das im Oktober diesen Jahres im Blanc-Valet Verlag erschienen ist, mir auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde. Das Taschenbuch kostet 10 Euro, das E-Book 9 und es hat 300 Seiten. Und es ist der Auftakt der Valerie Lane Reihe und es wird wahrscheinlich fünf Teile geben. Vier Teile sind schon angekündigt inklusive diesem, also drei weitere Teile und die wird es auch alle in 18 geben. Und ja, so bin ich ein bisschen darauf aufmerksam geworden. Mir ist das Buch zwei, dreimal irgendwo begegnet und ich bin ja großer Teetrinker und mag so gemütliche Romane immer mal ganz gerne. Gerade so im Winter finde ich das ganz schön, wenn man so vorm Kamin sitzt, einen Tee dazu hat. Es bietet sich an. Und ja, wir befinden uns in der Valerie Lane. Und es gibt eben neben dem Teeladen, was der Auftakt der Reihe ist, auch noch eine Schokolaterie der Träume. Das Buch wird im Januar erscheinen. Dann gibt es einen zauberhaften Trödelladen. Ist für Juni geplant. Das wunderbare Wollparadies wird dann im September erscheinen. Und dann vermute ich noch einen Geschenkeladen. Da habe ich aber noch nichts dazu finden können, ob es dann auch ein fünftes Buch geben wird. Denn wir lernen, ja, die Mädels aus der Valerie Lane eben im ersten Teil schon kennen. Wir befinden uns hier in dieser romantischsten Straße in Oxford. Und es gibt eben lauter kleine, spezielle Läden, die von, ja, Frauen im Grunde geführt werden. Und der kleine Teeladen wird von der Lori geführt. Und sie ist eine stolze Besitzerin ihres kleinen Teeladens, denn sie hat ihren Hobby zum Beruf gemacht. Und ja, sie führt diesen Teeladen mit allerlei Freude und ja, auch mit ihren Freunden in der Umgebung. Denn ihre Freundinnen besitzen eben auch die vorhin genannten Läden. Und wir lernen diese Freundinnen eben auch schon im ersten Band kennen. Denn wir lernen Ruby aus dem Antiquitätenladen kennen, Kira aus der Schokolaterie, Susan aus dem Wollparadies und Orchid aus dem Geschenkeladen. Und das war eben meine Vermutung, dass das dann vielleicht der fünfte Band der Reihe sein könnte. Aber wie gesagt, ich konnte dazu noch nichts finden. Ja, wir sind hier eben bei Lori. Hier dreht sich alles um Tee, wie toll es duftet, was sie alles ausprobiert. Dass man bei ihr eben nicht nur Tee kaufen kann, sondern natürlich auch Tee trinken kann, zu tollen Gesprächen vorbeikommen kann. Und alles in allem ist ihr Leben eigentlich ganz okay. Und ja, seit ihr neuer Teelieferant jeden Dienstag, glaube ich, vorbeikommt, ja, da freut sie sich besonders auf diesen Tag und versucht für Barry immer ein bisschen besser auszusehen. Wir lernen hier auch die geschichtlichen Hintergründe der Valerie Lane kennen und erfahren eben auch die Treffen, die diese Mädels miteinander einmal in der Woche veranstalten, was sie für ihre Kunden tun, für ihre Straße tun und haben hier eben eine wirklich sehr freundschaftliche Geschichte mit ein bisschen Liebe und haben hier vordergründig eben auch Lori und erfahren hier eben so ein bisschen aus ihrem Leben, aus ihren Freundschaften und eben auch, ja, was es so mit Barry, dem Tee-Lieferanten, auf sich hat. Das Buch hat sich sehr schön und sehr schnell lesen lassen. Es ist ein sehr flüssiger Schreibstil. Es ist alles sehr, ja, ausführlich eigentlich erzählt, was zumindest die Umgebung angeht. Da konnte man sich die Valerie Lane gut vorstellen, auch, ja, die Straße, die einzelnen Geschäfte. Was ein bisschen gefehlt hat, war die Beschreibung der einzelnen Freundinnen. Nicht nur, was so das Aussehen angeht, sondern auch so ein bisschen, was die Einzelnen so ausmacht, warum man eben befreundet ist. Nicht nur, dass einem die Straße verbindet, die Geschäfte, sondern was noch so ein bisschen dahinter steckt. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Es plätscherte auch leider immer mal wieder ein bisschen vor sich hin. Es war jetzt nicht spannungsgeladen und es ist mir persönlich auch zu wenig passiert, weil auf 300 Seiten nur ein bisschen was über Freundschaft, Tee und einer kleinen Liebesgeschichte zu lesen, ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Zudem gibt es einige Klischees, ja, die ich einfach nicht schön finde, die ich auch nicht mag, die für mich auch einfach so ein bisschen ausgelutscht sind und fand auch schade, dass eben einfach die Charaktere so ein bisschen blass geblieben sind und auch so dieses Wir-Gefühl der Mädels nicht ganz, ja, gezeigt werden konnte. Der Auftakt war soweit schon okay. Ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt, aber ich hätte mir viel mehr Tiefgang einfach gewünscht. Ich hätte mir viel mehr von Laurie gewünscht, vielleicht auch ein bisschen was von ihrer Vergangenheit und was sie antreibt. Und weil nur, dass ich halt gerne Tee trinke und mit Leuten zusammen bin, deswegen eröffne ich ja keinen Teeladen. Es muss ja auch noch ein bisschen was anderes dahinter stecken. Und das blieb halt alles ein bisschen oberflächlich, was ich wirklich schade finde. Und eben auch die anderen Charaktere. Klar soll es in diesem Buch um Laurie und ihren Teeladen gehen und nicht um die anderen. Wenn man sie aber schon in die Geschichte einführt und so ein bisschen eine Verbindung schafft, muss man natürlich auch ein bisschen neugierig machen auf die nächsten Bände, weil es muss ja einen Grund geben, warum ich vielleicht drei weitere Bände lese, weil ich unbedingt wissen möchte, wie Susan im Wollladen ist oder was es mit Kira aus der Schokolaterie zu tun hat. Und das muss dann eben auch einfach ein bisschen interessant gestaltet sein. Es müssen ein paar Fragen offen bleiben. Und das hat wirklich so ein bisschen gefehlt. Ich kann nur hoffen, dass es mit dem zweiten Teil besser wird. Ich glaube, ich werde den zweiten Teil ja mal anfragen beim Verlag in der Hoffnung, dass ich ihn dann auch bekomme. Oder ich kann tatsächlich noch nicht sagen, ob es wirklich ein Buch ist, was ich direkt lesen möchte, muss, sollte, wie auch immer. Aber es war jetzt nicht schlecht und ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin total abgeschreckt, aber es gab halt einfach so ein paar Punkte. Gerade dieses Plätschern, dieses Unspannende, dieses wenig Tiefgang ist halt einfach so ein bisschen schade, wo ich denke, man hätte doch so viel aus dieser Geschichte machen können. Und ja, das lässt sich als Leser und Nichtautor so leicht sagen. Es ist mir schon ganz klar, dass ich es wahrscheinlich auch nicht besser machen kann. Ganz logisch, ne? Aber ja, aber es interessiert mich natürlich trotzdem, wie es weitergeht. Und gerade die Schokolaterie der Träume fände ich halt noch so mega spannend, wo ich denke, vielleicht wird es zumindest noch der zweite Teil, vielleicht ist eine Steigerung erkennbar. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, ob man das weiterliest. Und ja, ob man es dann bis zum vierten oder fünften Teil durchhält, weiß man natürlich vorher nicht, aber probieren kann man es ja auf jeden Fall. Also es war ein schönes Buch für zwischendurch. Es hat sich, wie gesagt, auch flüssig und ja, auf dem modernen Schreibstil auch lesen lassen. Aber es war jetzt kein Must-Read, kein Highlight. Und ich bin eben auch noch unentschlossen, ob ich weiterlesen werde. Und dann ging es High-Fantasy-mäßig weiter mit der Blutkönigin von Therabeth Durst. Der Auftakt einer Trilogie, welche Ende Oktober bei Penhaligon erschienen ist, mir auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde. Broschiert kostet das Buch 15 Euro als E-Book 12 und es hat knapp 540 Seiten. Und ich habe es heute früh vor dem Frühstück im Bett nach dem Aufstehen auch noch beendet. Habe es so gefühlt, glaube ich, auch seit Dienstag, ja, ich glaube, seit Dienstag gelesen. Und es ist der Auftakt der Königin von Rezia-Reihe. Im Englischen ist der zweite Teil bereits erschienen. Der dritte ist, glaube ich, für April angekündigt. Und dementsprechend könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch die deutsche Reihe in 18 vielleicht abgeschlossen wird, weil man könnte ja jetzt hier wirklich so halbjährlich eines der Bücher noch herausbringen und es dann Ende des Jahres enden lassen. Ja, mir war nach High Fantasy und ich finde es immer interessant, wenn Frauen echte High Fantasy schreiben. Das gibt es ja eher selten und bin da natürlich immer neugierig. Zudem klang eben auch einfach die Story der Blutkönigin mega spannend. Und zwar sind wir im Lande Rindja und hier gibt es Naturgeister, die nur zwei Dinge im Kopf haben, nämlich erschaffen und zerstören. Und da das natürlich nicht so richtig zusammenpasst und auch die Menschen bedroht, gibt es in jedem Königreich eine Königin, die eben die Geister kontrollieren kann und ja, dafür dann auch eben die ganzen Naturgeister im Zaum halten kann. Und man braucht eben hierzu eine besondere Gabe und die findet sich bei der jungen Dalaena aus dem Königreich Aratei und diese kommt nach einem Geisterangriff auf ihr Dorf, sozusagen auf ihr Land, eher etwas weiter entfernt von der Hauptstadt, dann eben zusammen mit ihrer Familie in die Hauptstadt und sie wird eine Auserwählte und wird somit an der Akademie für die Thronanwärter ausgebildet. Denn das Königreich braucht eben immer eine Königin mit dieser Gabe die Naturgeister zu kontrollieren und es gibt ganz viele Anwärterinnen und die Beste und die ja im Grunde wirklich Erfolgreichste auf der Schule rückt dann im Grunde irgendwann nach, wenn die amtierende Königin stirbt und übernimmt dann eben den Platz der Königin. Sie selbst ist aber überhaupt nicht die Beste, sie zweifelt sehr an sich und durch den ja doch etwas mutigeren Einsatz ihrer Schwester versucht sie es aber, lässt sich auch nicht davon abbringen, als sie das empfohlen wird und geht diesen sehr anstrengenden und steinigen Weg. Und ja, eines Tages wird sie dann auch noch von wehen, einen Meister, der erwählt, der einst von der amtierenden König verraten wurde. Und ja, hier merkt man schon ein bisschen, spätestens hier wird es spannend und ja, man wird neugierig und das gemein ist, dass das Buch sehr gemein endet und ich jetzt tatsächlich schon überlege, nicht einfach das englische Buch zu lesen, aber ich persönlich finde es in der Reihe immer so ein bisschen schwierig, aber also so zu switchen innerhalb der Sprachen. Aber ja, es war das erste Buch, was ich gelesen habe von der Autorin. Ich habe auf Lovely Books und nach Amazon schon gesehen, dass es vorhergehende Bücher schon von ihr gibt, bin aber irgendwie über die Blutkönigin gestolpert und fand einfach diese Story super spannend und mochte das Buch wirklich sehr, sehr gerne. Mich hat ja nicht nur der Klappentext angesprochen, sondern eben auch dann dieses ganze High-Fantasy-Setting. Es ist eine grandiose Idee mit den Naturgeistern. Es ist eine tolle Idee, wie das Königreich funktioniert, wie die Weitergabe ja im Grunde der Krone geschieht. Es ist schon mal etwas anderes, etwas Außergewöhnliches. Es ist sehr kreativ, auch wie diese Welt funktioniert, wie die Menschen leben, dass die in Bäumen leben, dort ihre Häuser gebaut sind, dass sie über Brücken miteinander verbunden sind und über Wege, die eben von Baumkrone zu Krone gehen. Das hat mich natürlich ein bisschen an manche Elben erinnert, nicht nur aus Mittelerde, sondern aus anderen High-Fantasy-Geschichten. Aber ich fand das hier einfach toll, dass das mal so ein bisschen anders wirkte. Also man kann das jetzt so schlecht beschreiben, aber es hat sich einfach anders angefühlt, sehr kreativ und es war modern und trotzdem hat es eben so dieses alte Gefühl von High-Fantasy vermittelt, was ich unglaublich mochte. Ich mochte auch den bildhaften Schreibstil. Also man kann sich die Protagonistin vorstellen, man kann sich ihre Familie, die Akademie vorstellen, die amtierende Königin, man kann sich auch wen vorstellen, der eben auch einen Erzählstrang bekommt, man kann sich die Welt vorstellen, diese Bäume, das ist wirklich wahnsinnig bildhaft erzählt, das ist sehr fantasyreich und man hat eben wirklich ein Kopfkino im Kopf und es gibt ganz, ganz tolle, fantastische Elemente, die sehr lebendig und modern eingeführt und eingearbeitet waren, was echt großen Lesespaß gemacht hat. Ich finde, dass das auch High-Fantasy ist, auch für Anfänger geeignet ist, weil die Welt nicht zu komplex ist, es nicht zu viele Charaktere gibt und ich denke, dass man da ganz gut in diese Welt hineinkommt und natürlich auch für ältere Jugendliche, wo man einfach mal gucken möchte, ob diese Genre etwas für einen ist, denn es ist definitiv High-Fantasy, es ist auch kein Jugendbuch, auch wenn unsere Protagonistin doch ein bisschen jünger ist, aber es ist trotzdem schon kein klassisches Jugend-High-Fantasy-Buch, sondern schon eher ein bisschen hochwertiger und ein bisschen komplexer. Aber eben so, dass man sagt, man hat keine 500 Charaktere, die im ersten Band gleich sterben, sondern hat eben hier schon zwei, drei, die man eben begleitet und ein paar drumherum, die aber zu keinster Weise zu blass bleiben, sondern eben auch alle wunderbar beschrieben sind und Tiefgang haben. Ich fand auch die Idee einfach dieser Naturgeister super spannend, wie die funktionieren, wie die sich kontrollieren lassen, dass man die eben auch für ganz andere Dinge noch nutzen kann, das fand ich neuartig und wirklich toll gemacht und auch eben so dieses Leben in den Bäumen, das konnte ich mir einfach ganz lebhaft vorstellen und fand das irgendwie sehr cool. Also das wäre, ich suche mir jetzt auch mal einen Baum und ja, werde da mir ein Häuschen bauen. Es gibt eine kleine Liebesgeschichte, die ich wirklich eher sehr im Hintergrund empfand, was eben der Unterschied zu diesen klassischen Jugendbüchern wäre, wo natürlich die Liebesgeschichte oft im Vordergrund steht. Das hat man hier sehr dezent eingebaut und fand ich wirklich realistisch und schön gezeichnet und ja, es hat einfach Spaß gemacht, da Lena sozusagen auch zu verfolgen. Leider, und das ist mein Kritikpunkt an der Geschichte, gab es doch die ein oder andere Länge. Es gab so ein bisschen was im ersten Drittel, wo ich mal so dachte, mach mal weiter. Es gab dann auch was so ein bisschen im zweiten Drittel und gegen Ende hin war es dann aber wirklich mega spannend und ja, wenn man dran bleibt, hat man wirklich eine ganz tolle Geschichte, die ich wirklich gelungen finde, die mir Spaß gemacht hat und wenn eben diese Längen nicht ganz so lang gewesen wären, dann wäre das wirklich ein absolutes Highlight geworden. So ist es, ich sag mal, ein kleines High-Fantasy-Highlight, hat mich wirklich gut unterhalten die Tage und hat mich wieder so in mein Element zurückgebracht, was ja High-Fantasy eben einfach ist, was ich gerne lese und ich glaube, in diesem Jahr auch einfach viel zu wenig gelesen habe und froh bin, dass ich das so als Abschluss in diesem Jahr gelesen hatte. Und kann ich wirklich empfehlen. Ich freue mich auf die anderen Bände und werde das auf jeden Fall im Auge behalten und bin wirklich happy, dass ich die Blutkönigin entdeckt habe und dass mir das auch vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde, was mich wirklich freut und ja, finde ein schöner Jahresausklang mit diesem kleinen Highlight. Nebenbei, so ein bisschen gehört, habe ich ein Hörspiel von Audible Kill Shakespeare von Conor McGreary. Ja, das ist ein Hörspiel, wie ich, glaube ich, gerade schon gesagt habe, für einen Audible Gutschein und geht 8 Stunden und 44 Minuten, entspricht ja entsprechend ungefähr, ja, ich glaube, 300 Seiten habe ich ausgerechnet und ich habe noch nicht ganz die Hälfte. Ich glaube, ich bin bei knapp 3 Stunden, was ja so in etwa einem Drittel entspricht und ich bin sehr verwirrt. Ja, mich hat es angesprochen, ich bin ja ein großer Shakespeare-Fan. Ich habe ja wirklich sehr, sehr viel, wenn nicht gar alles gefühlt, von ihm gelesen, auch mehrfach gelesen. Ich habe ja Favoriten, ich habe aber auch absolute Hassbücher und ich finde, das gehört eben einfach zu einem guten Autor dazu, dass man etwas sehr leidenschaftlich auch hassen kann. Und ja, wir haben hier eben eine Welt, die sich eben um alle Helden und Bösewichte von Shakespeare sozusagen dreht. Denn alle Gestalten, die wir kennen, treffen in diesen mystischen Gefilde aufeinander. Und wir sind hier in Illyria, was wir ja zum Beispiel aus Hamlet einfach kennen. Und ja, diesen Weg verfolgen wir. Und neben Hamlet treffen wir eben auch einen Romeo und eine Julia. Wir treffen unterschiedlichste Nebencharaktere und ja, alles so drumherum. Und es werden neue Voraussetzungen geschaffen und die Charaktere handeln zum Teil so, wie sie Shakespeare erschaffen hat, aber dann eben auch ganz anders, weil sie sich eben von ihrem Meister abheben wollen und anders sein wollen. Und ja, sie nicht ganz einverstanden sind, wie Shakespeare sie sozusagen geschaffen hat und dass in ihnen doch vielleicht ein ganz anderer Charakter steht. Es ist zu Beginn, ich fand die erste Stunde unglaublich verwirrend und anstrengend und wusste überhaupt nicht, wo geht diese Geschichte überhaupt hin. Ich hatte auch Momente, wo ich wirklich nochmal zurückspulen musste, wo ich dachte, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Gerade wenn es dann unterschiedlichste Namen gibt, von Kate zu Julia und man fragt sich, hä, ist das jetzt der gleiche Charakter? Ist das jetzt eine andere? Eigentlich sind es zwei Charaktere. Und irgendwie war ich doch sehr verwirrt und spätestens als dann Othello auftauchte, ja, ich war an mancher Stelle sehr verwirrt und man muss, glaube ich, Shakespeare gefühlt noch ein bisschen besser kennen als ich, um wirklich zurecht zu kommen. Um alle Anspielungen zu verstehen, bin auch ich nicht in der Lage, wo ich dann so manchmal dachte, hä? Ja, ich hatte so sehr oft Hä-Momente, wo ich mich fragte, woran liegt das? Ich habe jetzt schon so ein bisschen auch auf Audible geguckt, was die Bewertungen sagen. Manche schieben es so ein bisschen auf die Übersetzung, dass halt in echter Shakespeare-Sprache eigentlich im Englischen gesprochen wurde und man das im Deutschen natürlich nicht ganz so gefühlt hinbekommt, was vielleicht auch bei einem Hörspiel ein bisschen anstrengend wäre. Ich muss sagen, ich finde es trotzdem spannend. Ich bin gespannt, welchen Weg gerade unser junger Prinz hier sozusagen einnimmt und in welche Richtung die Geschichte sich noch entwickelt. Und ich muss sagen, spätestens so ab der zweiten Stunde hat es mich schon ein bisschen mitgerissen. Also es war dann schon so, dass ich jetzt wieder so versuche, immer mehr zu hören und jetzt zum Beispiel auch im Solarium anstelle Musik eben einfach Hörbuch gehört habe und da einfach die 20 Minuten so genutzt habe. Und ich merke, ich komme so rein. Aber es hat wirklich so eine gute Stunde bis eineinhalb gedauert, bis die Hä-Momente weniger wurden und ich bin gespannt, wo es hingeht. Und abschließend kann ich natürlich erst was in der neuen Bücherwoche dann dazu sagen, weil man möchte schon das zu Ende hören, um dann eben zu entscheiden, war es gut, ist es empfehlenswert und wie viel Shakespeare muss man wirklich kennen. Es ist halt natürlich schwer zu sagen, wie geht es Leuten, die keine Shakespeare-Vorkenntnisse haben, kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich habe einfach welche. Und das ist dann immer so ein bisschen, wo ich denke, wie kriegt man das rüber und erklärt und wäre es nicht einfacher, was anderes gehört zu haben. Ja, aber ich war eben auf der Suche nach einem Hörspiel ganz gezielt, habe auch entdeckt, dass es zu Herr der Ringe ein Hörspiel gibt und ich tatsächlich mal überlege, ob ich Herr der Ringe nicht mehr höre und sogar so in einem Hörspiel, könnte ich mir das doch ganz gut vorstellen. Wobei natürlich dann all die schönen Beschreibungen drumherum so fehlen würden. Aber gut, wie ihr seht, ich bin unentschlossen. Das ist zurzeit nicht nur bei Büchern der Fall. Und ja, das zu den Büchern der Woche. Dann habe ich einen wunderbaren Film gesehen. Er lief, ich glaube, am zweiten Weihnachtsfeiertag am Fernsehen und ich habe mich davon inspirieren lassen, ihn einfach auf DVD zu schauen. Liebe braucht keine Ferien. Gibt es, glaube ich, auch auf Netflix, wenn ich mich nicht irre. Ich habe ihn jetzt aber einfach auf DVD geguckt und finde diesen Film einfach fabelhaft. Es ist kitsch pur, es ist Romantik, es ist altmodisch, es spielen Filme eine große Rolle darin. Und eben die zwei Mädels, die einen Wohnorttausch machen. Jede möchte von dem Ort, wo sie gerade ist, fliehen. Und so landet Amanda aus L.A. dann in einem kleinen Cottage in Surrey und wir haben den Charakter von Kate Winslet, dessen Name mir gerade entfallen ist, die eben von Surrey nach L.A. fliegt und da im Grunde von einer letzten tragischen Beziehung Abstand gewinnen möchte. Also ich wäre auch eher die gewesen, die nach L.A. fliegt als nach Surrey, wobei dieses Häuschen schon niedlich ist. Ja, und dort treffen sie dann eben, ja, hier in dem Fall Amanda in Surrey auf den Bruder und, ja, ich muss jetzt mal nachgucken, Iris, genau, trifft auf einen, ja, Kollegen, Mitarbeiter, wie auch immer, von Amanda. Und wir erfahren hier eben so ein bisschen die Filmwelt, Familienwelt. Wir haben hier eben so so ein bisschen zarte Anwendelungen. Wie kann Liebe funktionieren? Wie klappt das nach einem One-Night-Stand? Und, ja, was so ein bisschen der Wind in L.A. vielleicht an Gefühle vorbereitet. Und ich finde diesen Film einfach großartig. Ich lache, ich weine, ich träume mit. Wenn hier über Soundtrack zu Filmen gesprochen wird, die ich auch kenne, wenn über Gary Grant geredet wird, ach, ich finde das immer so großartig. So ein bisschen altes Hollywood und, ja, man bekommt da so ein bisschen ein Gefühl mit. Ich mag den Film unglaublich gern, habe ihn schon einige Male gesehen, war auch damals im Kino. Und er hat einfach für mich perfekt auch zum zweiten Weihnachtsfeiertag gepasst und fand ich wirklich ganz schön. Absolute Empfehlung. Finde ich wirklich großes Kino. Und ich bin Fan von den Schauspielern und, ja, auch Robert De Niro. Nein, Dustin Hoffman hat eine kleine Rolle. Ja, und finde ich großartig. Macht großen Spaß und, ja, macht einfach Spaß und hat mich gut unterhalten. Dann habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich zusammen mit meiner Schwester die siebte Staffel Game of Thrones anschaue. Und wir haben auch, ja, jetzt die letzten zwei Folgen, glaube ich, angeguckt. Diese Woche für meine Schwester war es das erste Mal, dass sie die Staffel gesehen hat. Für mich ja das zweite, beziehungsweise bei manchen Folgen auch das dritte Mal. Ich neige ja dazu, mir Folgen durchaus zweimal anzugucken, wenn sie herauskommen. Und, ja, es ist eine gute Staffel, gar keine Frage. Es ist nicht meine favorisierte Staffel. Es gab auch in den letzten zwei Folgen genügend Dinge, die mich aufgeregt haben. Gerade die vorletzte Folge ist für mich an vieler Stelle sehr aufregungsreich. Und, ja, mal gucken, wo es sich hin entwickelt. Ich habe einfach das Gefühl, dass seitdem die Vorlage fehlt von George R. Martin, dass, ja, die Serienmacher sich ein bisschen schwer tun, die Geschichte so zu erzählen, wie, also wie ich sie zumindest zu Beginn verstanden habe. Auch manche Entwicklungen von Charaktere wirken für mich so ein bisschen, ja, Hölzern, Stelzern, Gestell, wie auch immer. Es ist nicht immer alles, was mich hier Juhu schreien lässt. Es gibt auch manches Verwirrendes, was sich dann zwar so auflöst, aber man fragt sich immer so, hm, macht das wirklich so Sinn? Und gerade so das Ende, ja, man kann nur mit dem Kopf schütteln. Ja, also einfach so, die letzte Szene ist wirklich was, wo ich denke, größeren Schmarrn konnte man nicht machen. Es ist natürlich spannend, es ist packend und ich freue mich auf Staffel 8 und hoffe einfach, dass Staffel 8 wieder so wird, wie ich Game of Thrones wirklich liebe. Wie es Staffel 1 bis 5 im Grunde war. 6 war ja schon an mancher Stelle so ein bisschen holprig, wenn auch Großartiges passiert ist. Aber Staffel 7 war halt für mich persönlich mal was ganz anderes und doch sehr untypisch Game of Thrones. Und was nicht schlecht ist, ne? Aber es ist nicht mehr das, was man aus Staffel 1, 2 bis 5 eben irgendwie kennt. Vielleicht muss man sich auch einfach dran gewöhnen, dass die Zeit weitergeht und die Entwicklung weitergeht. Und ja, es sind ja einige Specials mit drauf. Es gibt hier einen Einblick in das Art Department. Es gibt Feuer und Stahl, die Entstehung der Belagerung von Westeros. Und es gibt auch Audiokommentare. Und ich denke mal, die Specials werde ich auch nach und nach dann einfach angucken. Es gibt auch eine animierte Geschichte der Siebenkönigslande. Bin ich sehr gespannt. Conquest and a Rebellion. Bin ich mega gespannt, was mir das noch ein bisschen erzählen wird. Und wird auf jeden Fall, denke ich, auch jetzt nach und nach angeguckt. Ich neige ja dazu, mir sowas immer gerne anzuschauen. Und bin dementsprechend natürlich auch sehr gespannt. Die Hobbit-Trilogie, die liegt allerdings jetzt schon wieder oben. Im Herrn der Ringe-Regal haben wir auch beendet. Ebenfalls im dritten Teil mit vielen Aufregern. Ich finde das... Ja, ich glaube einfach, dass man als Mittelerde-Fan und Kenner den Hobbit 3 nur schrecklich finden kann. Also ich bin davon überzeugt. Und ich sehe das im Freundeskreis, dass es die einen gibt, die das gut finden, die das auch feiern. Die aber in der Regel einfach, ich sag mal, nur Filmschauer sind. Und ich glaube, dann kann man das auch genießen, wenn man Mittelerde kennt. Wenn man die Hobbit-Story kennt und sieht, was daraus... Es ist einfach nur schrecklich. Nichtsdestotrotz bin ich schon ein Fan dieses ganzen Mittelerde-Universums und wie das so zusammengeführt wurde. Ich bin auch sehr gespannt, was aus dieser Serie wird, die ja kommen soll, die die Geschichte zwischen dem Hobbit und Herr der Ringe erzählen soll. Und ich glaube sogar vorgreifen soll, also zum Silmarillion. Ich finde, da gibt es genügend tolle Storys zu erzählen. Mir würde ja tatsächlich das erste Zeitalter um Mittelerde unglaublich gut gefallen, weil ich das einfach feiere und liebe. Und da eben so die ganzen Anfänge dahinter stecken. Aber lassen wir uns mal überraschen, was da auf uns zukommt. Den Hobbit haben wir auf jeden Fall geschafft. Haken ran, reicht für die nächsten zwei, drei Jahre mein Aufregungspotenzial im dritten Teil. Ja, ich kann mich halt leider auch nicht zurückhalten. Das muss dann raus. Das geht nicht anders. Herr der Ringe möchten wir jetzt, so denke ich, im Januar auf jeden Fall angucken. Und da freue ich mich also besonders drauf, weil ich die Herr der Ringe Extended Editions wirklich grandios finde und auch wirklich super umgesetzt finde und einfach liebe. Ja, soviel zu den Filmen und Anguckereien der Woche. War ja doch gefühlt so eine ganze Menge, ne? Neben, dass man auch noch Freunde und Familie getroffen hat. Deswegen waren es halt ein bisschen weniger Bücher. Ja, wir haben das Januar-Buch ja bereits zur Umfrage gestellt im Leseclub. Und ja, ihr habt abgestimmt und es wurde Pompeji von Robert Harris. Also der Autor war klar. Wir haben ja gesagt, wir möchten unbedingt etwas von ihm lesen. Und haben dann einige Bücher von ihm zur Wahl gestellt. Und ihr konntet bis zum 28., glaube ich, abstimmen. Und die Mehrheit hat sich für Pompeji entschieden. Und ich bin mega gespannt auf diese Geschichte. Sie ist bereits eingeteilt. Eingeteilt. Ihr könnt auch bereits die Einteilung im Leseclub sehen. Ihr findet den Leseclub in der Infobox. Solltet ihr jetzt Lust haben, dieses Buch ab 20. Januar mit uns zu lesen. Und ja, ich habe mich direkt mal dran gemacht, habe es eingeteilt und dann auch gleich die Einteilung veröffentlicht. So hat jeder jetzt gut drei, vier Wochen, drei Wochen, drei Wochen Zeit, um das Buch im Grunde jetzt auch für sich einzuteilen. Und ich freue mich wirklich sehr, denn wir haben hier Pompeji erweckt, das römische Weltreich zum Leben. Und ich bin mega gespannt, was uns Robert Harris zum Pompeji erzählt. Es geht ja hier um den wirklichen Vesuv-Ausbruch und ich denke mal die Geschichte drumherum. Genau, der junge Wasserbauer Attilus kommt einer skrupellosen Verschwörung auf die Spur, doch seine Nachforschungen werden überschattet von den unheimlichen Vorzeigen einer drohenden Apokalypse. Und wir haben eben hier diese fiktive Geschichte, um das historisch, ist es tatsächlich belegt, der Vesuv-Ausbruch? Ich glaube schon. Oder? Ja. Verbessert mich, wenn es anders ist. Und ich bin mega gespannt. Also ich kenne ja von Robert Harris bereits nur Enigma, was aber schon locker, wann war die Verfilmung? Zehn Jahre her ist. Hatte ich damals vor der Verfilmung mit Kate Winslet gelesen. Auch ein ganz, ganz toller Film, wie ich finde, den ich, glaube ich, auch schon zwei, dreimal gesehen habe. Und ich bin sehr gespannt auf Pompeji. Und ich denke, dass das nicht unser letzter Harris ist. Ich selbst habe ja, glaube ich, zwei Bücher dann noch von ihm auf dem Sub, wenn es nicht drei sind. Und möchte zum Beispiel auch Konklave gerne hören. Ich brauche allerdings erst mal wieder einen Gutschein. Und dann mal gucken, wann ich das hören werde. Und ich freue mich sehr darauf, dass es dieses Buch wird. Und ich denke dann auch, dass wir Anfang, Mitte Januar die Umfrage für das Februarbuch machen werden. Dann werden wir einfach mal gucken, was da als nächstes uns so einfällt und gelesen wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Pompeji. Pompeji im Leseclub. Ansonsten gab es ja in der vergangenen Woche zwei Jahresrückblicke von mir. Einmal der bezüglich Serien und Filme. Und es gab natürlich auch den Bücher, den sehr ausführlichen Jahresrückblick zu den Büchern, zur Statistik, zu den Highlights und den Flops. Und ja, ich habe tatsächlich ein bisschen sehr viel geredet. Ich glaube, der hat über eine Stunde 15 oder so gedauert. Ja, aber es ist einfach, wie es ist. Es ist halt ein Thema, was in mir brennt, was mich wirklich begeistert. Auch Statistik begeistert mich einfach. Und ja, das musste da einfach zum Ausdruck gebracht werden. Für die kommende Woche ist auf jeden Fall das Neuzugänge-Video für Dezember geplant. Das werde ich jetzt auch gleich im Anschluss drehen. Und ich bekomme immer mal Anfragen bezüglich meines Bullet Journals. Und da ich jetzt so die grobe Planung, die groben Listen für 2018 fertig habe und auch die Monatsübersicht für den Januar und die ersten zwei Wochen im Januar fertig habe. Ja, denke ich, werde ich auch dazu ein kleines Video machen. Kleint mal gucken, wie lange es dauert. Weil natürlich auch immer ein paar Fragen, was ich denn da so mitführe, wie meine Übersichten aussehen, wie ich Geburtstage plane und sonstiges. Und ja, das denke ich, werde ich einfach mal mit abdrehen, bevor ich dann wirklich wichtige Dinge sozusagen eintrage. Und ja, es ist ja schließlich schon soweit, ne? Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Ja, und ich denke, es gibt jetzt auch gar nicht groß irgendwie mehr zu erzählen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen guten Rutsch. Hoffe, dass ihr ganz gut aus diesem Jahr herauskommt und in das Neue hereinkommt. Oder je nachdem, wann ihr das Video seht, dann ebenfalls auch schon reingerutscht seid. Und ich freue mich auf ein neues Jahr, das gefühlt eigentlich nur besser werden kann, als das diesjährige zumindest, was so das Private betrifft. Lesetechnisch, glaube ich, kann es gefühlt gar nicht besser werden. Aber so das Drumherum, dass es einfach ein bisschen ruhiger, entspannter, gesundheitlich besser vorwärts geht. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Danke euch dafür, dass ihr dieses Jahr dabei seid. Und ich hoffe, wir sind weiterhin in 2018 hier auch beieinander und sehen uns vielleicht auch bei den verschiedensten Treffen, die geplant sind für 2018. Kommt gut ins neue Jahr. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.